Herzlich Willkommen zu Automatica 2018. Hier im Kleinen zeigen wir 5 einfachen Schritte wieder, die die VR-Technik digitalisieren und Sie bei Ihrer Kundenreise unterstützen können. Für eine kürzere Time-to-Market und die maximale Verfügbarkeit Ihrer Anlagen. Besuchen Sie uns am besten diese Woche noch auf der Automatica Halle A6 Orange Wechsel. Vielen Dank!